Der Mensch ist ein Wesen, das von Anfang an lernt. Dieses Lernen-Wollen hat heute eine ganz andere Ebene und Möglichkeiten bekommen. Man kann immer und überall lernen, mobil lernen. Man hat Zugang zu Wissen, wenn man es will und kann vor allem selbstbestimmt lernen. Ich sage Studierenden an der TU Darmstadt, die ich ausbilden darf, auch immer, schauen Sie, was dem Lernen dient. Das muss nicht digital sein, das muss nicht analog sein, das muss dem Lernen dienen. Dass man weiß, was man mit seinen Daten macht, dass man verantwortungsvoll umgeht, kommuniziert, auch Quellen bewerten kann. All diese Dinge sind heute vielleicht wichtiger denn je. Was gibt es im alltäglichen Leben heute noch, wo das Internet nicht eine Rolle spielt? Also ohne Internet und Digitalisierung geht schon jetzt nichts mehr. Das heißt, wir müssen einfach wissen, wie Grundkonzepte des Digitalen funktionieren. Die meisten Jobs, die es in 20 Jahren geben wird, von denen wissen wir heute noch nicht mal, dass es sie geben wird. Wer also im Berufsleben vorankommen will, muss im Prinzip die Freude, die das Lernen dem Menschen am Anfang seines Lebens macht, durchhalten können und lebenslang weiterlernen. Und da sind die digitalen Medien einfach großartig für. Technologie kann einen guten Lehrer niemals ersetzen, aber sie kann ihn noch besser machen. AdChat, das ist tatsächlich der größte US-amerikanische Twitter-Chat von Lehrern für Lehrer, bei dem wir viel gelernt haben und auch regelmäßig mitgemacht haben. Es gab nur ein Problem, er fand nachts statt aufgrund der Zeitverschiebung. Und da wir irgendwann mal wieder Schlaf haben wollten, haben wir dann gesagt, das machen wir jetzt in Deutschland, Education-Chat deutschsprachig. Seitdem wird Woche für Woche von den Leuten im Internet, die mitmachen, entschieden, über welches Thema wir reden. Und heute haben wir über 150 Ausgaben des AdChat veranstaltet. Im Februar auf der Didakta kam doch tatsächlich der Cornelsen Verlag auf uns zu und hat gesagt, hey, wir wollen mit euch ein Buch über den AdChat.de machen. Es hilft zur eigenen Professionalisierung, es hilft bei der Unterrichtsvorbereitung. Es gibt Tipps, wie man digitale Medien im Unterricht einsetzen kann. Das Buch ist ein Crashkurs fürs Digital, aber auch ein Crashkurs für die Zusammenarbeit zwischen den Teams und dem Cornelsen Verlag. Wir sind ganz neue Wege gegangen und der Verlag ist diesen Weg mit uns gegangen. Und wir sind sehr froh, jetzt ein über 300 Seiten starkes Buch in den Händen zu halten. Und somit die besten Ideen und Tipps aus dem Twitter-Chat AdChat.de vermitteln können. Wir laden ein, gemeinsam einen Sprung in die Zukunft von Schule und Lernen zu machen. Und wir hoffen, dass alle, die das Buch kaufen und lesen, unglaublich viel lernen können. Eine Liebe gibt's recognise. Und wir sind geschehen. Diese